Der Heißer, unsere neue Errungenschaft, der Rasierer, mit dem wir uns jetzt die Haare schneiden werden. Bei Nils wird angefangen. Der ist ja schon schön am Schneiden. Das war bis jetzt noch von Videos. Das sieht geil aus. Da muss ich auch wohl das Lachen vergleichen. Ja, wir haben uns jetzt noch mal Haare schneiden versammelt. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Oh, jetzt scheint es wieder zu gehen. War zu filmisch. Also mein Leben. Was machst du da? Ich bin zu nass, glaube ich. Ja, nee. Warte mal. No. Ja. Das geilste. Darf stellen? Ja. Nee, das kann man nicht lassen. Weil ich schon scharf bin. Mach mal laut. Jetzt bin ich erst mal dran. Das ist gut, Alter. Welche Länge denn? Sechs. Drei. Komm, jetzt drei kannst du schon machen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, so ist das mit dem Friseur. Jetzt sieht man hier mal, wie ich jetzt aussehe. Ich weiß, ich seh geil aus. Das ist halt ein bisschen anders geworden als bei den Jungs. Nicht ganz so kahl, aber dafür mindestens genauso hässlich. Erst recht von hinten. Man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Ja. Vertraut mir. Ich find mich totschick. Ja, was wir heute noch so machen, wahrscheinlich nix. Oh. I ain't livin in the past. Put the city on my back. Bet it all on my flow. Put a hundred on the dash. Bet it all on my soul on my spirit, and my rats. When they talking that Millergast. I ain't hearin that trash. Sound like Dayton hat you heard. That's a fact. Learn a lot of hard lessons when you'll live in life fast. Put my boss to the test. Bet you that I passed. You bus in the world with my ... Also beende ich das Video jetzt mal, könnt ja mal abonnieren oder gefällt mir sagen, wenn euch die Frisur hier gefällt. Nein, bis demnächst.